Yo Leute, ich bin heute in der Bank of the Stars, höre ich noch neue Videos weiter am Tag. Am Hintergrund, wie mein Bruder schreibt, wer fehlt, dann in meinem Ohr und sowas. Ich hätte jetzt echt Ding aufgeschrieben. Woher hat Tobias? Ja, dann schreibt vorher Tobias, egal, wie ich es macht. Hauptsache da steht, Feuerwehr. Scheiße! Na ja, Leute. Scheiße. Ich ziehe heute nicht. Da, Leute, hier. Ich setze neben mir an der Walle, ich weiss nicht. Leute, und wir haben heute so eine kleine Mieskügel bekommen, vom Möbel Ecks. Ich weiss nicht, wie viel das kostet, oder? Eine Walle. Eine Walle. Mit so einem Inhalt. So, vorhin Pessler. Von dem Vorhang. Und von meinem Bruder, der hat jetzt Gold und Zuckis bekommen. Und, ja. Scheiße! Ich glaube, da hat's... Also, ja. Ich probiere jetzt so einen eigener... erfundenen... erfundenen Move. Weiter. Ihr kennt's wahrscheinlich, man wirft ihn so hoch. Scheiße! Okay. Den Inhalt halt. Bist du mal so hoch, dann muss das so... Ja! 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 Halb! Man wirft das halt so in die Höhe. Und dann kommt des halt wieder. Dann haut man das einfach... Ich muss es irgendwie schreifen. Ich bin günstiger. Leute, können wir das. Jucht jetzt keiner. Aber das ist eigentlich eine Channend. Feuerwehrtechnisch, also Feuerwehr Tobias oder Feuerwehrtechnisch, kann man nennen wie man will, aber jetzt machen wir mal weiter mit der Challenge, das probieren wir jetzt mal. Ich mach daraus ein F, ein F mit einem T, F, F Tobias. So Leute, herrster Versuch. Lagt Wollah Habibé, Lagt Wollah Habibé. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Beim ersten Move, ich lass es zu, alles kriegen dann noch ein paar kleine Fäden. Lagt Wollah Habibé, Hälfte, nur Leute. Juck mich nicht. Dann sagst du. Warte, probierst du auch mal daheim aus? Erkennt man, dass es ein F hat soll? Ja, Bind, aber jetzt nicht so okay. Aber wenn man ein F hat soll. Warte, scheiße. Ich hatte... Nichts ist drinnen, Leute. Könnt euch das, Leute. Da, nichts. Nichts ist drinnen, Leute. Wie scheiße ist denn das? Das haben wir heute noch gekauft. So, coole Schwerbe. So verpackt. Ganz normal. Vermögelbelegst. Kann man sich nehmen. Ja. Und dann kriegst du es besser. Ja, wirklich. Ähm, ja. Filiale in Kaffenberg. Da gibt's das. Holen. Und habt ihr genau das gleiche. Und supporten. Ja, holen, supporten bei uns beiden. Name. Kommt runter in die Beschreibung. Oh, scheiße. Scheiße, Leute. Scheiße. Sieht bis da runter, Leute. Passt es doch. Sieh, ich habe gedacht. Tschüss. Machst du auch mit? Tschüss, ja. Schau, Jungen, was ich da für Kunstlacking jetzt sauber drauf habe. Warte, die können wir uns auch noch fixieren. Und was? Mach doch so einen Streifen da runter. Weißt du nicht mehr? Das Zähne halt. Ja, das will. Ich habe lange. Wuppa. Wie scheiße ist das gerade gerannt? Wurscht, wie hoch ich es wäre. Desto kleiner wird der Schatz. Das ist alles drin. Nein. Das ist drin. Ich schraube. Das reicht. Also, einen muss ich jetzt ganz lieb, also ganz oft grüßen. Das ist der Sepp Mayer. Wenn ich die Falsche uns gesprochen habe, tut mir leid. Du bist doch ein, sagen wir mal, Mitglied von einer Feuerwehr. Danke. Wir sind nicht alleine. Man kommt dann auf jeden Fall noch ein Video. Ähm, eben mit denen. Das geht doch runter, gell? Das ist schwer. Das ist schwer. Ja, ja. Ich dachte, das ist einfach. Ist das cool, oder? Nein. Ich denke nicht. So ist es auch so schön. Gut, Leute. Leute, ihr kennt es mal noch. Aus dem letzten Video. Hä? Was? Ich kenn's noch, Leute. Gute alte Fernbedingungen, Leute. Welche Farbe sollen wir machen? Machen wir jetzt mal Brot. Waren wir jetzt zu Kies? Ich muss das jetzt alles ganz ein bisschen fiktiv. Check out. Ja. Check out, Leute. Im Hintergrund noch. So, jetzt werfen. Also, mit dem Ankündigung für das neue Video. Wir werden morgen, jetzt zum Video, mit denen, mit der FF-Handschule, also ich spreche jetzt in der Feuerwehrformat, mit denen, mit der FF-Handlung, mit dem FF-Helm, also mit dem Feuerwehrhelm, mit dem Lungenautomaten, mit dem Lungenautomaten, mit dem Lungenautomaten, ja, dann kaufen wir ihn auf der 30 Jahre irgendwann mal. Leute, es kommt dann auf jeden Fall ein Weihnachtsspecial, weil dann krieg ich so ein fettes Geschenk, das verrate ich jetzt euch noch nicht. Ein scheiß bisschen fettes Geschenk. Vielleicht, scheiß nicht. Und mit der? Kommt nicht auch aus. Ich weiß nicht einmal, ob ich schluck. Ich schluck's mir von mir drauf. Wurscht. Vielleicht kriegen wir einen Rosenbauer hin. Was für? Hä? Aber keine Treue. Die Mama und der Papa wissen es eh schon, woher es schaut. Ja, aber wann kriegst du so eine Funktion, die brauchten? Aber ich glaube, sie kaufen da irgendwo wieder einen neuen. Ja. Ich geb dir einen in Meilenstorf. Ja, nein. Und, da brauchst du die Kisten, Morin? Und siehens auf dem Mal. Und, schon ist es klar los. Ja, es ist ja. Tschüss, Leute. Das geht nicht mehr besser, Leute. Das gibt es nicht. Was meinst du? Sobald, dass ich das weiter in die Höhe werfe, das geht nicht mehr, Leute. Da. Hast du eine andere Farbe auch noch? Ja, siehs ja. Blau, roh und weiß. Blau. Und, halt, grünen, gelb. Da. Ist das das Dunkle, was ich vorher gehabt habe? Hier ist eigentlich noch. Was ist das? Rot. Das ist Greya. Ja, noch mal gut. Und da, wo es da noch, wenn du es brauchst. Da. Das ist das Blaue, was du vorher benutzt hast. Das ist das, Max. Nein, oh, what the fuck? Das bringe ich jetzt erst. Scheiße. Was sonst alles ist, Grimme. No fake. No fake. Wie wisst ihr, Leute, wir fake nicht. Unbedingt mal bei ihnen vorbeigucken. Gigazeit, Domi. Vorbeigucken, abonnieren. So, jetzt, keine Eigenbeerbung, aber. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, hier ist man schon ein kleinerer YouTuber. Fick dich, Junge. Fick dich. So, mit wenigeren Abonnenten halt. Eißegal, fick dich, Junge. Fick dich, Leute, wie kannst du so asozial sein? Sie hat's auch nicht recht wenige Abonnenten drauf. Von mir aus könnte ich noch alle abonnieren. Aber wollen sie auch alle? Wurscht. Werbung wird, mir egal. Hauptsache, vielleicht in drei, vier Jahren, dass wir die tausend Abonnenten schaffen, aber das wird, glaube ich, nicht so sein, aber mal wurscht. Wir fake nicht, wir kaufen keine Abonnenten. Wir brauchen sowas nicht. Kannst du halten, kurz da? Warte kurz, warte. Wenn ich einmal eines gut drin in Aachen soll, also da halten, vorne. Ich muss schon werden, wenn man... Weiß nicht, ich kann es sagen, irgendwo auch noch gut bieten. Ich brauch das nicht. Weiß nicht. Da kann sich dazwischen, bitte. Was? Warte dazwischen. Es hält. Warte. manipulate iSamm, manipulate iSamm. Undropfen, das hält. Das hält auf jeden Fall. Scheiße. Ich spiele nur kurz das gleiche. Mit einem. First, second try. Junge, hilf mal. Ich will hier was Geist machen. Wurscht. Leute, das war's für heute. See you next time. Ciao.